Wie viel brauchen wir noch? Fünf. Ist das individuelle Fertigung hier? Ja. Alles einzeln. Und was kann man sich alles aussuchen hier? Was möchtest du denn? Was hast du denn? Milchreis mit Stefans roter Glütze. Oder Panna Cotta. Was ist denn Panna Cotta? Panna Cotta, etwas italienisches. Und was ist das? Habt ihr da noch Schüsse? Auf Hochdeutsch Vanillepudding. Ja, Vanillepudding ist nicht schlecht. Schau mal bitte Vanillepudding. Und Martin kriegt das Panna Cotta. Mit rote Grütze haben wir jetzt so. Ohne rote Grütze bitte. Das bleibt immer so in der... Spreckgesteck. Ja, aber das geht immer in der Zähne. Versteck war das schön was. Siehst du, das sieht man gar nicht. Das ist für dich. Ja, das ist für dich. Ja, das ist für dich. Ja, das ist für dich. Zimt habe ich auch. Zimt habe ich auch. Zimt habe ich auch. Das geht so wie am Dürfen. Und muss fahren. Was? Aber extra groß für die Feuer. Ja, das ist für dich geworden. Und den Döner von Zimt aus. Ja. Das gucke ich jetzt hier nicht raus. Jogi, lass das mal mit dem Mikrohörer einst machen. Nee. Go. Ohne Löffner. Ohne Löffner. Wie hoch, wie viel? Wie lange mal? Eine Minute. Wie viel Wack? Und dann zu Konzentrum. Jetzt kommt's. Gedreht oder umgedreht? Gedreht oder umgedreht?